Cheyenne Ochsenknecht, bekannt durch die Show »Diese Ochsenknechts«, lebt ein scheinbar perfektes Leben mit Ehemann Nino Sivkowitz und ihren beiden Kindern auf einem Hof in Dobl, Österreich. Doch hinter den Kulissen kämpft die 23-Jährige mit extremer sozialer Angst. Diese »Social Angcity« zwingt sie dazu, die Öffentlichkeit und Menschenmengen zu meiden. Selbst der Gang in den Supermarkt oder Einkaufszentren ist für sie unerträglich geworden. Um dieser Herausforderung zu entgehen, bestellt Cheyenne nun Lebensmittel bequem nach Hause. Diese Lieferungen ermöglichen es ihr, Supermärkte gänzlich zu vermeiden. Doch wenn ein unvermeidlicher Besuch in einem Geschäft erforderlich ist, wählt sie den frühen Morgen, um der Menschenmenge aus dem Weg zu gehen. Diese Taktik hilft ihr, die unangenehmen Situationen zu minimieren. Trotz ihres öffentlichen Lebens als Model und Influencerin scheint Cheyenne Ochsenknecht stark unter ihrer sozialen Angst zu leiden. Die Show »Diese Ochsenknechts« mag sie zwar berühmt gemacht haben, aber im Rampenlicht zu stehen ist für sie keineswegs angenehm. Ihr Leben auf dem Hof in Österreich bietet ihr und ihrer Familie zwar eine gewisse Abgeschiedenheit, doch die Herausforderungen der öffentlichen Auftritte bleiben bestehen. Cheyenne zeigt, dass auch Prominente mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen haben und Wege finden, damit umzugehen. Reise locks mehr, vorbeizugehen. Reisefen Major unge